Darf ich mal hier ein Messer ziehen? Ja, natürlich. Mach mal hier ein Knife. Mach mal. Es ist in der Kiste hier drin, also das weiß man ja. Wenn du eins ziehst, dann kriegst du das. Danke. Schick mir dann einen Trailer. Ja, nach sieben Tagen schick ich dir da eine. Ja, ja. Ganz knapp. Hier. Gemeiner Stiftdieb. Guck mal, es sieht aus, als hätten wir jetzt einen Redskin gezogen, oder? Gold. Wow. Was? Was? Wird der Stipe gezogen? Ich hätte es nochmal sagen sollen. Oha! Ja! Ich habe sogar Gold gecallt gerade. Also ich habe gerade Gold reingecallt. Ich hätte doch gedacht, ja, ich will nochmal. Aber ich habe es nicht. Wie ist denn so ein Rustcode? Ein Butterfly Rustcode? Ist voll nice eigentlich. In Garment vielleicht wenigstens? Äh, ja. In Battles. Also 0.8.4.